Musik Und wir haben die letzten zwei Wochen, also vor allem am letzten Sonntag, haben wir fünf Punkte angeschaut, wie dieses neue Jahr ein gutes Jahr wird. Das neue Jahr wird ein gutes Jahr. Amen. Es wird kein schlechtes Jahr für dich. Sondern es wird ein gutes Jahr für dich. Praise the Lord. Und ganz kurz, ganz schnell, wir haben das gesagt. Fünf Punkte, wie es für dich ein gutes Jahr werden kann. Simpel und einfach eigentlich fünf Dinge, die wir tun können. Okay? Also letzten Sonntag haben wir fünf Dinge angeschaut, die wir tun können. Und heute schauen wir an, was er tut. Dieses Jahr. Okay? Das waren die fünf Dinge, die wir tun können. Simpel und einfach. Fünf Punkte. Embrace Grace. Umarme Gnade. Umarme Jesus. Nimm Jesus an. Empfange diese grosse Gnade. Nimm ihn in dein Leben auf. Lass ihn nicht nur dein Retter und Erlöser sein. Lass ihn auch der sein, der dein Leben führt und leitet. Halleluja. Embrace Grace. Zweitens haben wir gesagt, vertraue nicht auf deine eigenen Fähigkeiten, sondern auf seine Fähigkeiten. Denn seine Fähigkeiten, Stärken und Qualifikationen sind grösser als deine. Ganz kurz zu diesem Punkt. Meine Qualifikationen würden vom Natürlichen her, würden es nicht erlauben, Dinge zu tun, die ich heute tue. Würden es nicht erlauben. Das ist etwas, was viele Leute nicht so sehr von meinem Leben wissen, aber lasst mich ganz kurz einfach wieder mal erwähnen. Ich war ein sehr spezielles Kind. Speziell normal. Damit will ich einfach das sagen. Ich war schulisch nicht der Beste. Wir staunen wirklich, wie unsere Jungs, wie sie schulisch einfach wirklich fortschreiten und einfach Dinge passieren. Weil ich war schulisch nicht der Beste. Ich war nie in der Sekundarschule. Ich habe nie das Gymnasium besucht. Okay. Als ich in der Realschule war, sagte mir mein Lehrer, Dank sei Gott für gute Lehrer. Halleluja. Das war der beste Lehrer, den ich je hatte. Er hiess Peter. Und er sagte mir, in den ersten drei Monaten Probezeit, sagte er mir, sagt er, komm mal zu mir nach der Schulstunde, er sagte, hey Erich, wenn du nicht in der nächsten Mathematikprüfung eine 4,5 machst, eine 4,5, kann ich dich nicht in der Realschule halten. Okay. Und das war früher. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so. Zu meiner Zeit hiess das noch Oberschule. Okay. Nun, ich war nie ein guter Realschüler, aber ich war dankbar für seine Ehrlichkeit, denn er war offen. Er sagte mir, hey, deine Qualifikationen sind nicht besonders. Und sie reichen eigentlich nicht einmal für die Realschule. Eigentlich müsste ich dich in die Oberschule tun. Hättest du nicht gedacht, oder? Und ich gab mir dann wirklich Mühe. Wirklich gab mir Mühe. Und ich machte die 4,5. Und so konnte er mich knapp in der Realschule halten. Früher hiess das eben real. Heute heisst es, glaube ich, SEC 1, SEC 2. Okay, SEC A, B, C, ganz genau. Und so war ich nie eigentlich ein guter Schüler, musste mich immer ein wenig durchkämpfen. Meine Qualifikationen, schulische Leistungen, waren nicht die, wie sie bei manchen anderen sind. Okay. Aber weisst du was? Es geht nicht um meine Qualifikationen. Es geht um seine Qualifikationen. Er kann aus jedem etwas Grosses machen. Amen. Er kann aus jedem etwas Geliebtes machen. Er kann aus jedem etwas Gesegnetes machen. Er kann aus jedem etwas Gesalbtes machen. Amen. Er kann aus jeder Person, Halleluja, sein Kind machen. Und in dem Moment ändert sich alles. In dem Moment, wo du sein Kind wirst. Halleluja. Und das wollte ich einfach sagen. Es sind nicht meine Fähigkeiten und meine Leistungen, sondern es sind seine Fähigkeiten und seine, Halleluja, Stärken, die in uns wirksam werden. Amen. Schau nicht zu fest auf mich. Ich habe nur den Job, hier vorne zu stehen. Um meinen Mund aufzutun. Okay. That's it. Also, schau auf ihn. Schau nicht auf die Person. Schau auf Gott. Halleluja. Drittens. Lies die Bibel. Lies deine Bibel. Auch das können wir tun. Und spiegle dich im Wort. Aber bevor du die Bibel liest, schlag sie auf und gib den PIN-Code ein. Tick, 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 tick. Wie ist der PIN-Code? In Christus. Das ist der PIN-Code der Bibel. Ganz genau. Gib den richtigen PIN-Code zur Bibel ein. Denn sonst bleibt es ein geschlossenes Buch für dich. Ohne richtigen PIN-Code haben wir keinen Zugang. Der PIN-Code ist in Christ. In Christus. Schau dich immer aus der Perspektive in Jesus an. Denn die Bibel sagt, 1. Johannes 4, Vers 19. So wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. So wie er ist, sind wir. Halleluja. Wow. Viertens. Don't worry. Be happy. Das war der vierte Punkt. Don't worry. Be happy. Okay? Ruhe. Sein der Ruhe. Fünftens. Bete in neun Sprachen. Bete im Heiligen Geist. Und dadurch schliesst sich der Kreis von embrace, umarmen wieder. Weil wenn wir im Geist beten, dann umarmt Gott uns. Halleluja. Durch das. Okay? Also das sind die fünf Punkte, was wir tun können. Aber jetzt wollen wir da weitergehen. Und ich möchte dir zeigen, was der Herr tun wird. 2014. Okay? Nun, wenn wir solche Dinge sagen, dann ist das natürlich immer unvollständig. Gott tut viel mehr, als was ich in den nächsten 45 Minuten sage. Okay? Aber was er für uns, hier in unserer Grace Family Church, in unserem Leben tun wird, tun will, das können wir erkennen. Denn er lässt uns nicht im Dunkeln. Der Pfad des Gerechten scheint heller und heller. Das Buch der Sprüche. Der Pfad des Gerechten wird erleuchtet. Gott lässt uns nicht auf einem dunklen Pfad tappen. Da ist eine Tasche-Lampe dabei. Nein. Gott ist die Leuchte. Der Geist des Herrn ist die Leuchte des Herrn. Deswegen zeigt er uns Dinge. 14. Dieses Jahr heisst 2014. Okay? 2014. Jede Zahl in der Bibel hat eine Bedeutung. Jede Nummer in der Bibel ist bedeutungsvoll. Keine Nummer, keine Zahl hat eine, oder keine Bedeutung. Jede hat eine Bedeutung. Und hier ist zuerst einmal wichtig, dass wir verstehen, was 14, was für eine Bedeutung 14 hat. Weil wir leben im Jahr 2014. Okay? Und 14, muss verstehen, im Hebräischen setzt sich eine Zahl, oder lass es mich so sagen, eine Zahl ist zugleich auch immer ein Buchstabe. Okay? Das heisst, um Zahlen zu schreiben, hängen sie zwei Buchstaben aneinander. Im Falle von 14 hängt man den zehnten und den vierten Buchstaben vom Alphabet aneinander. Der zehnte Buchstabe im hebräischen Alphabet ist das Jod, oder das Jud. Das ist der kleinste Buchstaben im Alphabet. Es ist wie ein kleiner Winkel, sieht er aus. Und es ist eigentlich eine Hand. Es ist die wirkende Hand Gottes, was das Symbol bedeutet. Die wirkende Hand Gottes. Das ist das Jud oder Jud, der zehnte Buchstabe. Das ist unser J oder Y. Der vierte Buchstabe ist das Talet. Talet. Und Talet, das D, hat eigentlich die Symbolik von einer offenen Türe. Einer Türe. Okay? Open Door. Und jetzt hängt man diese zwei Dinge zusammen. Zehn und vierzehn. Man hat Gottes Working Hand. Gottes wirkende, mighty working hand. Mächtige, wirkende Hand. Und man hat offene Türen. Und somit entsteht die Bedeutung für vierzehn. Die Bedeutung für vierzehn ist immer Release und Open Doors. Halleluja. Freisetzung und offene Türen. Freisetzung in offene Türen hinein. Neue Türen. Halleluja. Die aufgehen werden. Release. Okay? Schau dir das an. Im dritten Mose. 23, Vers 4 und 5. Heisst es folgendes. Nein, Vers 4 und 5. Nicht Vers 45. Okay? Da musst du mir das ändern. Dritter Mose. Äh, 23. Verse 4 und Verse 5. Okay? Habe ich es wahrscheinlich nicht klar aufgeschrieben. Das ist aussah wie 45. Genau. Hier. Das sind aber die Feste des Herrn, die heiligen Versammlungen, die ihr zu festgesetzten Zeiten einberufen sollt. Im ersten Monat, am vierzehnten Tag des Monats, zur Abendzeit, ist das Passa des Herrn. Wann ist es? Am vierzehnten Tag. Des ersten Monats ist Passover. Ist immer das Passa. Und was ist beim Passa passiert? Als sie das erste Mal Passa feierten. Am ersten Mose, Entschuldigung, im zweiten Mose 12. Was folgte? War der Auszug aus Ägypten. Erinnerst du dich? Dieses Pessach. Was entstand daraus? Freisetzung, Befreiung und Auszug. Aus der Gefangenschaft und Sklaverei Ägyptens. Somit hat die Zahl 14, denn hier drin sehen wir, das ist eine neue Tür, die aufging für die Israeliten. Sie zogen aus und Gottes mächtige Hand wirkte. 14 hat die Bedeutung von Freisetzung, offene Türen. Neue Türen, die aufgehen. Halleluja. Neue Salbungen, die entstehen. Neue Positionierungen, die entstehen. Neue Enterings and Placings. Neue Orte, die für dich vorbereitet sind. Halleluja. Und das werden wir dann am Visionssonntag noch etwas erläutern. Vieles hat mit uns, mit der Church, auch mit unserer Grace Academy, mit unserer Bibelschule zu tun. Okay? Aber das ist eigentlich das, was es bedeutet. Halleluja. Release. Hin und in neue Türen hinein. Offenbarung 3, Vers 8. Die offene Tür ist immer Jesus. Okay? Die offene Tür ist immer Jesus selber. Und wir lesen, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Niemand kann diese schliessen. Ich habe sie dir gegeben. Wir haben eine kleine Kraft. Wir müssen uns auf seine Fähigkeiten konzentrieren. Und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Er hat eine geöffnete Tür. Und er hat für uns geöffnete Türen. Und er hat nicht nur für uns, er hat für Menschen geöffnete Türen. Siehst du, hier ist das Wunderbare, das zusammenkommt. Gott hat nicht für dich allein, sondern für Menschen in deinem Umfeld auch geöffnete Türen. Und ich habe diese Woche am Mittwoch, also am vergangenen Mittwoch, habe ich die Tagesandachten für die kommende Woche aufgenommen. Also die Tagesandachten nehme ich nicht am Morgen um 5 Uhr auf. Und wir schalten sie dann hoch. Stimmt's, Reinhold? Ist er hier? Ja, stimmt's. Ich schicke sie dir eine Woche vorher. Okay? Auch er muss nicht früher aufstehen, um sie hochzuladen. Also ich produziere das eine Woche vorher, die Tagesandachten. Hör dir die Tagesandachten an von dieser kommenden Woche, also ab morgen. Das ist ganz wichtig. Weil in diesem Zusammenhang, und das geht eben heute in dieselbe Richtung, zeigte mir der Herr etwas ganz Wichtiges. Und es ist auch eine evangelistische Richtung, was der Herr tun will. Der Herr wird es dieses Jahr für dich einfach machen, Menschen ins Reich Gottes und in die Gemeinde zu bringen. Es wird einfach sein. Halleluja. It will be easy. Halleluja. Es wird programmlos sein. Es wird einfach sein, Menschen ins Reich Gottes zu führen. Es wird einfach sein, Menschen in den Gottesdienst mitzubringen. Es wird einfach sein, Menschen an der Hand zu nehmen, weil er für dich die Tür geöffnet hat, kannst du ruhig ein Paar in den Schlepptau nehmen. Und durch die Türe gehen. Halleluja. Und so wird diese Botschaft von heute Morgen ein wenig evangelistisch. Okay? Weil es ist wichtig, dass wir das nie aus den Augen verlieren. Stimmt's? Und es ist ganz wichtig, dass du das siehst. Für dich ist es einfach, Menschen zum Herrn zu bringen. Und für Menschen, die einmal beim Herrn waren, ist es einfach, zurückzukommen. Das, was der Herr mir zeigte, in der Produktion der Tagesandachten. Es ist einfach, zurückzukommen, dieses Jahr. Und wir gehen zum Gleichnis vom verlorenen Schaf. Okay? Und das finden wir nämlich im Lukas 15. Wir lesen uns dieses Gleichnis, oder? Falls du kannst, einfach Vers für Vers, falls das geht. Vielleicht zuerst einfach mal erster Vers und dann fortschreitend Vers 2, Vers 3. Einfach Verse, nicht das Ganze. Weil es ist so wichtig, hier gibt es einiges zu sagen. Denn mit Vers 1 beginnt es hier. Und wir wollen einfach, genau. Es pflegten sich aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihm, um ihn zu hören. Also zu zu hören. Um ihn zu hören. Weswegen hatte Jesus immer diese Audienz, also diese Versammlung? Weswegen hatte Jesus immer dieselben Zuhörer? Ja? Jesus hatte immer dieselben Zuhörer. Und das waren die Sünder und die Zöllner. Es waren immer dieselben. Weswegen hat er das? Simpel und einfach. Er machte es den Sündern und Zöllnern leicht. Das ist der Deal. Er machte es den Menschen leicht. Die Sünder und die Zöllner brauchten sich nicht zu qualifizieren. Sie mussten sich nicht bemessen lassen, um an seinen Versammlungen teilzunehmen. Sie hatten keine Anforderungen zu erfüllen, ausser schieb dich hierhin und sit down und hör zu. Jesus machte es den Menschen einfach. Jesus machte es den Menschen, den Zöllnern und den Sündern einfach. Als er mit den Pharisäern redete, ja, da sagte er, der Weg ist schmal für euch Jungs. Aber den Leuten machte er es einfach. Und weisst du, was die Reaktion war, Vers 2, von den Pharisäern und Schriftgelehrten? Sie murrten. Sie murrten und sie sprachen, dieser nimmt Sünder an und er isst mit ihnen. Sie murrten, weil Jesus es ihnen so einfach machte. Jesus ist die offene Türe für die Menschen. Jesus ist nicht der Weg der Regeln und der Gesetze. Denn hier musst du etwas sehen, das ist ganz wichtig für den weiteren Verlauf von heute Morgen. Wir sehen hier zwei Wege. Der Weg Jesu, der einfach ist und der Weg der Pharisäer, der schwierig ist. Und darum murrten sie. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten machten es nämlich den Menschen schwierig. die zehn Gebote zu halten sind schwierig. Die Regeln und die Vorschriften und die Gebote einzuhalten macht es schwierig. Und Jesus kommt völlig regellos und macht es allen Menschen so einfach. Das konnten sie nicht ertragen. Das konnten sie nicht ausstehen. Dass einer kommt und es so einfach macht. Weil Theologie ist doch nicht einfach. Theologie, wenn man sie wirklich verstanden hat, wirklich, dann ist das etwas, das nur für einige wenige verständlich wird. Theologie macht es schwierig. Jesus macht es einfach. Deswegen motzten sie, deswegen murrten sie. Und jetzt sagt Jesus, Vers 3, er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach. Und jetzt beginnt das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und halt immer das im Kopf. Der schwierige Weg der Regelung Gesetze der Schriftgelehrten versus der einfache Weg der offenen Türe durch Jesus. Okay? Jesus sagt, hey, hier ist ein Gleichnis, Vers 4. Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Oh, was für eine wunderbare Stelle, aber auch was für eine extrem falsch verstandene Stelle. Denn die meisten Leute lesen hier drin, ah, der Pastor, ja, ja. Die Aufgabe eines jeden Pastors, dem verlorenen Schafen nachzurennen. Und das ist deine Aufgabe, den verlorenen Schafen immer nachzurennen. Denn das ist doch das, was ein guter Hirte tut. Weisst du, wie viele Leute nicht mehr hier sind, weil sie das Gefühl haben, das ist nicht gemacht worden? Der Punkt ist das, Jesus redet nicht vom Pastoren hier. Um das geht es hier nicht. Es geht hier um etwas komplett anderes. Und ich werde dir zeigen, heute um was es hier geht. Aber ist es nicht tragisch, dass Menschen es sich selber schwer machen, weil sie andere Anforderungen haben? Okay? Sie machen es nicht den anderen nur schwer, sie machen es vor allem sich selber schwer. Hier ist ein guter Weg, wie man leben kann. Erwarte von Menschen nie etwas. Aber alles, was kommt, nimm es dankbar an. Amen. Erwarte nicht zu viel von deinem Ehemann. Erwarte nicht zu viel von deiner Ehefrau. Aber alles, was von ihr kommt, nimm es dankbar an. So wird deine Ehe happy. Was macht deine Ehe so mühsam? Ständig die Erwartungen, die man hat an ein Ander. Make it simple. Make it easy für den Anderen. Relax, don't worry. Denn du kannst die Person nicht ändern. Das braucht schon die Hand Gottes. Und nicht so wie bei Maradona. Das braucht schon die Hand Gottes. Es braucht die verwandelnde Fähigkeit von Gott. Halleluja. Wir denken, wir können Menschen ändern. Oh no, forget it. Lass den Herrn wirken. Amen. Wirklich. Wirklich. Aber das bringt dich eben auch zur Ruhe. Weil solange ich denke, ich muss immer etwas machen, damit sich diese Person verändert, bin ich im Stress. Und das hat Auswirkungen auf unser ganzes Leben. So wird diese Stelle oftmals so falsch angeschaut. Oh, das ist die Verantwortung. Das ist für die Pastoren gar nicht möglich. Allen verlorenen Schafen immer nachzurennen und immer zu suchen und immer zu finden. Das ist rein, wenn du es einmal ganz praktisch anschaust. Impossible. Ist gar nicht möglich. Okay? Deswegen dürfen wir nicht einfach Bibelstellen pflücken und sie in unsere Situation hinein interpretieren und jemand anderem vorwerfen. Jesus meint hier etwas völlig anderes. Und das, was er meint, ist so cool und so begeisternd, dass es dich in den nächsten Minuten aus den Strümpfen hauen wird. Weil es wirklich gut ist. Und weil Pastoren, weil wir haben viele Pastoren, die uns zuhören, via Internet, via Video, via MP3-Downloads, es ist wichtig, dass sie das hören, weil das entspannt sie. Das entspannt sie. Ja, wir sollen uns um die Leute kümmern, ja, wir sollen da sein für die Leute, aber das hier praktisch umzusetzen, ist einfach nicht möglich. Unmöglich. Okay? Und dann ist es noch viel schlimmer, wenn das jemand gegen dich ausspielt, weil er meint, du hast deinen Job als Pastor nicht getan. Weisst du, was das ist? Messer. Okay? Was meint Jesus hier? Wir kommen zurück, aber wir lesen weiter bis zum Vers 7. Vers 5. Also Jesus geht dem Verlorenen nach, dem einen, er verlässt die 99, er findet es, und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern. Wow, was für ein Bild. Er nimmt das Schaf, und er nimmt es auf die Schulter, und er bricht ihm nicht die Beine, du gliesst es, rebellische Schaf. Du warst schon immer das Schwarze, und jetzt machen wir dich humpeln. Nein, Jesus trägt es, stimmt? Jesus nimmt es auf die Schultern, und er trägt es. Halleluja. Und wenn wir weiterlesen, Vers 6, was passiert? Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen, und er spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe meine Schafe gefunden, oder mein Schaf gefunden, das verloren war, und Vers 7, dann heisst es, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel. Der Himmel jubelt. Amen. Der Himmel jubelt, wenn ein Sünder der Busse tut, über diese Person. Jubelt der Himmel. Es wird Freude sein, über einen Sünder, der Busse tut. Also Jesus vergleicht das mit einem Sünder, das Busse tut, mehr als über 99 Gerechte. die keine Busse brauchen. Also, wenn wir es mal ganz genau anschauen, im Detail, dann heisst es eigentlich, Jesus verlässt die Pharisäer, die 99. Stimmt? Er verlässt die 99 Schriftgelehrten. Die 99, die sich für selbstgerecht halten. Von denen geht er weg. Okay? Also, hier geht irgendetwas nicht auf mit, oh, dieser Pastor muss immer 24 Stunden, sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen. Irgendwo geht das hier nicht auf. Und vor allem, weisst du, was ich mich gefragt habe? Wir sehen dieses Schaf hier. Wir sehen das Gleichnis. Und Jesus bringt die wunderbarsten Gleichnisse. Wir sehen dieses Schaf hier und er trägt es auf die Schultern. Er sucht es, er findet es und er trägt es. und er pflegt es liebevoll. Er bringt es nach Hause. Und jetzt fragte ich mich, wo, um Himmels Willen, tat dieses Schaf Busse? Wo war dieses Schaf auf den Knien? Gott, vergib mir. Jesus, I need you. Wo sehen wir, dass das dieses Schaf tut? Wo ist dieses Schaf am Busse tun? Wo sagt dieses Schaf, Herr, vergib mir. Ich bin ein sündiges Schaf. Nein, ein schwarzes. Die Antwort ist nirgends. Nirgends. Aber hier geht es um Busse tun. Stimmt? Hier geht es um Busse tun. Wo tut dieses Schaf Busse nirgends? Ausser, und jetzt schau dir das nochmals an, Vers 5. Hier tut es Busse im Vers 5. Er nimmt es auf seine Schultern. Busse Das Schaf lässt sich tragen. Und das ist Busse. Das Schaf lässt sich tragen. Und weil es sich tragen lässt, tut es Busse. Halleluja. Busse tun ist Metanoia im Griechischen. Und Metanoia kommt von zwei Worten. Meta und Nuss. Und das bedeutet Mindshift. Mind Change. Also Veränderung der Gesinnung. Erneuerung des Verstandes. Shift of Mind. Verstandesshift. Mit anderen Worten, wir müssen radikal das Thema Busse neu betrachten. Denn das Busse ist nicht auf die Knie fallen und Staub und Asche aufwirbeln. Und das Hauptscheren. Das Hauptscheren. Ja, genau, die Haare. Ganz genau, die Haare. Das ist nicht Busse. Auf die Knie gehen und Staub und Asche aufwirbeln und sich schlecht fühlen ist nicht Busse. Sich schlecht fühlen ist nicht Busse. Busse ist erlaube es, dass Jesus dich tragen darf. Halleluja. Denn er geht und er sucht das Verlorene. Stimmt's? Er findet das Verlorene und dann nimmt er es und er trägt es. Erlaube Jesus, dass er dich trägt. Das ist wahre Busse. Trage dich nicht selber. sondern lass dich tragen. Halleluja. Trage dich nicht selber. Lass dich tragen. Deswegen wird es dieses Jahr so einfach sein, Menschen ins Reich Gottes zu führen, weil Jesus wird sie finden und er wird sie tragen. Und unsere Wenigkeit, die wir dazu beisteuern, ist lediglich der Aufruf, die Aufforderung, lass dich von Jesus tragen. That's it. Hey, lass dich tragen vom Herrn, denn das ist, was er möchte. Unsere Aufforderung, unser Aufruf ist nicht, du Sünder, du siehst, wie dein Leben war, du siehst, wie es ist und jetzt gehen wir die Liste durch, damit alle Flüche gebrochen sind. Nein, unsere Aufforderung ist, hey, come back to Jesus und lass dich tragen. Wow. Lass dich tragen von ihm. Und jetzt nochmals zu Vers 4. Schau dir das an. Übrigens, das gilt für alle von uns auch hier. Lass dich von ihm tragen. Amen. Gib für alle von uns auch hier. Lass dich von ihm tragen. Komm zurück. Komm in die Familie. Komm wieder in die Gemeinde. Komm wieder in den Gottesdienst und experience Jesus. Erfahre Jesus. Das höhere Mass der Salbung von Gnade ist im Haus Gottes. Ja, da ist ein Mass von Grace ausserhalb der Gemeinde, aber das höhere Mass ist im Haus Gottes. The fullness of Grace ist in Bethel, Bethel, Haus Gottes. Halleluja. Dort, wo Jakob sein Gelübde ablegte. Dort, wo Jakob ein Altar baute. Bethel, Gottes Haus. Halleluja. Dort ist Grace in seinem vollen Salbung und in seinem vollen Mass. Dort. Und jetzt Vers 4. Ich sage, wir kommen nochmals zurück auf das. Weil offenbar redet diese Stelle nicht, dass man ständig Leute zurückholen muss, sondern von was redet diese Stelle. Simpel und einfach. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Was Jesus hier meint, ist simpel und einfach mit diesem Vers. Er sagt, ich mache es dir einfach. Ich mache es dir nicht schwer, sondern ich bin der, der es dir einfach macht. sogar der, der dich trägt. I make it easy for you. Deswegen dieses Jahr wird es einfach sein, Menschen zum Herrn zu bringen, weil er es einfach macht. Er ist die offene Tür und es wird einfach sein. Siehst du, Jesus macht es einfach gegenüber den Pharisäern, die es schwierig machten. Denn die Pharisäer waren diejenigen, die es schwierig machten, dass die Menschen im Glauben sein konnten. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, ich mache es dir einfach, weil ich trage dich. Wow. Halleluja. Und dieses Wort müssen wir mitnehmen. Dieses Wort müssen wir in dieses Jahr hinein nehmen. Und weisst du, das nächste Gleichnis hier im Lukas 15 ist das Gleichnis der verlorenen Drachme. Und das dritte Gleichnis, alles im selben Kapitel, Lukas 15, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und dort gipfelt das Ganze. Halleluja. Weisst du, das ist das Jahr des wartenden Vaters, der Ausschau hält. Halleluja. Und Jesus, der dich zurückbringt. Und das ist auch ein Jahr für Menschen, die einst einmal wieder verlorene Sohn im Hause Gottes waren, in der Gemeinschaft waren und jetzt, dass sie zurückkommen, weil Jesus es dir einfach macht. Halleluja. Es ist das Jahr, wo Menschen zurückkommen. Es ist das Jahr, wo du Menschen wieder siehst. Es ist das Jahr, wo Menschen sich von ihm zurücktragen lassen und es ist, wie wenn sie nie weg waren. Weil wir sie nicht fordern, hier und pushen wieder zurückzukommen, sondern weil sie getragen werden. Wenn wir fordern und pushen, dann betonen wir, du warst so lange weg. Wenn Jesus dich trägt, ist es wie wenn du nie weg warst. Halleluja. Thank you Jesus. Es ist das Jahr des wartenden Vaters. Es ist das Jahr des tragenden Jesu. Thank you Lord. Und es wird einfach sein. Es wird einfach sein, Menschen in den Gottesdienst mitzunehmen. Es wird einfach sein, Menschen zum Herrn zu führen. Es wird einfach sein, Menschen einzuladen, Menschen anzufragen. Es wird einfach und easy sein. Und es wird nicht nach Programm ablaufen, sondern es wird ganz spontan geschehen. Halleluja. Lass dich tragen von ihm. Lass uns zusammen aufstehen. bis zum nächsten Mal.